1, 2, 3 Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Ihr kennt die Location schon, oder? Dort haben wir eine Sendung mit Schule. Es ist zwar offen, aber anlässig kenne ich, oder? Wir sind ja wieder in der roten Fabrik, Doc18. Hier sind wirklich Barfis, oder? Du musst aufpassen, damit filmen, oder? Ja, ja. Da gibt es Leute, die im Bad sind. Hier ist der Shed Hall, der Hinteringang und so. Und dort ist eben der Zürichsee. Und jetzt ist er voll dort reingekommen. Mario ist jetzt gerade am Einrichten und regt sich auf am Morgen. Das macht auch nichts. Und da haben wir ein Spiel parat gemacht. Also wir spielen das Spiel. Also wir haben jetzt gerade Pause. Es läuft jetzt die Audio... Wie heisst die Impfung? Audio-Virale Impfung. Also ich habe mir nie gedacht, dass wir das heute hinbringen. Ja. Ja. Es war ein bisschen zu nah. Es war ein bisschen kompliziert. Ja, aber den Greenskin haben wir super können zum ersten Mal einstellen, oder? Ja. Wichtig ist für alle Interviewpartner von Reto Schleppi, ihr müsst einfach vor dem Reto stehen. Ja? Vor dem Reto stehen. Ja? Nicht hinter ihm. Nicht... Das D-Doc 18 und den Workshop gibt es am 4. und 5. Juli hier in der Roten Fabrik. Und zwar heißt er Solar-Bodies bauen. Ihr könnt euch irgendwelche Gehäuse mitnehmen und wir bauen mit euch zusammen die Elektronik ein. Nämlich ein Solar-Panel und hier die Elektronik mit Schalter. Zwölf. Ach, zwölf. Also, äh, anmelden. Ich habe auch schon mitmachen, ja? Genau. Und anmelden. In-Forto kaufen. Ah, Projektschule.ch. Ja. Projektschule.ch anmelden. Also, oder unten anschreiben, dass ich das dann weiterleiten, gell? What? Rotofabrik. DJ Cyanour, gell? Cool, gell? Ich liebe dich. Zack, boom online. Zack, boom mit zwei U. Punkt online. Mario, willst du auch noch etwas sagen? Schön. Das ist ja immerhin. Ja. Ich habe den Workshop nicht vergessen. Ah, ja, Workshop. Workshop am... Ich muss nochmal anfangen. Juli. Am 4. und 5. Juli. Workshop. Musikinstrumente selber bauen. Das sind so kleine Sampler und Synthesizer und so weiter. Da kannst du in zwei Tagen drei bis vier Instrumente bauen, inklusive Reals-Bisch-Bolt. Und da hast du ein eigenes Instrument dann für dich. Zwei Tage. 4. und 5. Juli. Für Menschen ab zwölf. Also von Menschen für Menschen. Von Menschen für Menschen. Von Menschen für Menschen. Und gemeinsam entwickeln wir unsere eigenen elektronischen Instrumenten. Super. Also, das war's gewesen. Sendung mit Juli, gell? Danke vielmals, dass wir wieder etwas zusammen machen konnten. Und das war's, was war's gewesen. Danke fürs Zulagen. Und dann hier fürs Vloggen. Abonnieren nicht vergessen. Zack, boom online abonnieren nicht vergessen. Und natürlich meinen Kanal. Zack, boom! Zack, boom! Auf Wiedersehen! hoch!